Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Elektrifizierte Absperrung. Kompliziert. Vielleicht sind sie nervös, weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Schlafenszampft. Ja, aber wir tun. Was die Unterjagd hat, ist uns schwach aussehen. Deshalb töten wir ihn. Wir zeigen den Hackens Unterweil, das mit uns nicht zu spaßen ist. Gangs wollen Spider-Man schon seit Jahren umbringen. Hat nie geklappt. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Er kam an allem vorbei. An den Wachen, all dem Zeug auf dem Dach. Das schafft er kein zweites. Schaltet ihn aus. Bevor Tinkerer da war, haben wir mit diesem kurzen Prozess gemacht. Tinkerer fände es nicht gut, wenn wir wieder aufeinander losgehen. Tinkerer muss nicht jede Kleinigkeit für uns entscheiden. Sie wollte, dass wir gegen den Wurzeln kennen. Und wir tun's. Du willst die Plaza in die Luft jagen? Das ist dein Plan? Ein blöder Plan! Töte ihn, wenn's sein muss. Den vermisst keiner! Töte ihn, wenn's sein muss! Den vermisst keiner! Töte ihn, wenn's sein muss! Den vermisst keiner! Schaff! Geschafft! Jetzt zapfe ich den Generator. Okay, abgezapft. Alles gut. Jetzt zu den anderen. Ein Problem weniger. Es zählt nur das jetzt. Es zählt nur das jetzt, mein Tinkerer-Zitat. Zu lange. Eine Person soll all die Ausrüstung gemacht haben. Was ist da drüben? Hallo? Den Ackerbron wird niemand je vergessen. Was ist da drüben? Du bist eine Runde davon! Du bist tot! Das passt! Einer nach dem anderen. Das ist ein Kloch. Na ja, ich habe es mir nicht hier. Das ist ein Kloch. Nein. Ich habe es vergessen. Viele mit großen Anfragen sind bei der Welle. Sie sind aber ein bisschen Platz. Jetzt bin ich wegen der Kloch. Das ist eine Krone. Einige Person soll all die ausrüsten. Du hast gestern ein Klob in die Luft gejagt? Hey, Rich. Da war niemand drin. Oh Mann! Er hat einen erwischt! Du musst schneller sein. Muss noch einer sein. Uns alle schossen! Nicht allein! Es war dumm, sich mitzuzunen. Mach das nicht so! Wir haben euch gehalten! Dies wollte Tinkerer nicht aufhalten! Wir sind die Stadt! Ist das deins? Deine Maffe hilft dir hier auch nicht weiter. Du hast einen alten Magi-Unterstützer gebrochen? Ja, er ist, äh... Die hat die... Ja! 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 Das war's. Die Absperrung ist ohne Strom. Bereits zum Zerschmetter. Komm raus, Spider-Man! Schlafgut. Das war der Weg ins große Auditorium. Jetzt ist er versperrt. Ups. Vielleicht gibt's ne Treppe. Oder einen Aufzug. Den zum Beispiel, wenn er sich bewegt. Hey, ich hab überlegt. Was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey Finn, ich bin nicht nur ein Hügner. Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten. Okay, ja. Daran müssten wir arbeiten. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Dagegen sieht meine Gaming-Ausstattung ja mal richtig alt aus. Ja? Finn macht hier echt auf Superschurkenhüll. Siehst du das riesige gepanzerte Behälter-Ding? Absolut nicht verdächtig. Ob das Nu-Form da drin ist? Wäre eine Vermutung, ja. Von diesem Behälter führen Kabel. Ich frag mich. Die Zahnräder kann ich einspinnen. Finn führt Roxanne in die Irre, damit die sie oder das Nu-Form nicht finden. Sie ist gut. Ricks Erfindung. Krieger kennt sich mit Nu-Form nicht genug aus, um mehr zu machen. Finn schon. Sie weiß, wie die Reaktionsfähigkeit funktioniert. Nummer eins. Jetzt noch die andere. Warum sollte ich Finn sagen, dass ich Spider-Name will? Ich glaub, das gefällt ihr... gar nicht. Machen wir eine Pro- und Contra-Liste. Pro, sie ist deine beste Freundin. Außer mir. Contra, sie ist Tinkerer. Pro, mit ihr zu reden ist einfacher, als weiter heimlich zu agieren. Contra? Der andere Spider-Man war deutlich. Sag niemandem, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Wenn sie weiß, dass sie gegen dich kämpft, überlegt sie sich vielleicht alles nochmal. Vielleicht hast du recht. Okay, das sind zwei. Hoffentlich geht das gut. Das kann schon groß passieren. Sagt der Typ, der 30 Blocks weg ist. Finn macht anscheinend... Eine neue Maske? Ein Schild? Immer wenn ich etwas gegen die Underground-Waffen habe, überlegt sie sich etwas Neues. Direkt verbinden geht nicht. Vielleicht krieg ich mit dem Relaisknoten eine Reihenschaltung hin. Der Weg zum Generator ist frei. Das sind drei. Noch einer. Hört sich gut aus. Ich sehe mir viel super an, Fütter. Okay, was hast du vor, Finn? Finn pumpt Energie in der Snoo-Form. Das macht es instabil, wie bei meinem Venen. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxson Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Aber ich darf das nicht zulassen. Ich nehme das Nu-Form. Komm schon. Komm schon! Es bist... Es bist... Nur um es mal zu sagen. Was, wenn Finn recht hat. Und das der beste Weg ist, Roxson zu schlagen. Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringt das Nu-Form hier raus. Tinkerer ist unterwegs. Sie hat nach neuen Standorten für ein Labor gesucht. Wie viele Labore braucht sie? Genug, um Spider-Man und Roxson zu beschäftigen. Ein fester Standort ist leicht zu finden. Selbst mit den Funklöchern. Früher war es viel einfacher. Da gab es keine Probleme mit Spider-Man. Deshalb kommt sie ja her. Aber ich will ihn schnappen, bevor sie da ist. Glaub ja nicht. Ich hätte vergessen, wie du mir letztes Jahr das Auge zermannst hast. Ein Krieg um die Macht. Alle haben gekämpft. Ja, tja. Nur bei Tinkerer, die haben umgekehrt. Ja! Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Vielleicht. Ich brauch nur ihre Technologie. Und unsere Realität, die du nie kriegen wirst. Leck mich. Ja! Damit hast du nicht gerechnet. Das dauert zu lange. Gehört, dass Beth seit der Brücke krank ist? Wissen doch alle. Wer ist vor, die Lunge kriegt das Lohn? Ich hab keine Angst vor Lagnose. Sei still. Hier sieht's richtig toll aus. Ist dir irgendwo ein Phantom? Ich hab keine Angst vor, die Lohnung. Ja! 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 Ist das gefallen? Ja! 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 Halte den Aufbruch! Ja! 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 Kopf hoch! Selbst Spider-Man ist für sowas nicht bereit. Venom zersmettert das. Gut, mach weiter so. Du bist schuldig, Spinnen! Kannst du fang? Fein! Du bist in der Welt! Du bist in der Welt! Dann muss man, was du denkst! Du bist caught! Wir werden immer weniger! Gegen dich verliere ich nichts, Spider-Man! Das möchte ich gern zurückgeben! Es darf nicht oben bleiben! Letzterer Pass! Okay, und jetzt zum Nuvor. Okay. Ruhig! Oh nein! Das kannst du nicht haben! Hey! Hey! Ernsthaft? Ich will doch nur reden! Ticora! Stopp! Damit du meinen Nuvorum stehlen kannst? Das hättest du wohl gern! Hey Genki! Hab Fynn getroffen! Was ist los? Sie hat das Nuvorum! Ich folge ihr quer durch Manhattan! Shit! Okay! Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1! Fange sie! Schritt 2! Ich meld mich wieder! Los, los, los! Das ist zwischen mir und Dropsland! Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? Wieso wird sie nicht müde? Es läuft nicht gut! Wo bist du? Keine Ahnung! Ich weiche Explosionen aus! Ich brauch ne neue Strategie! Ich mach, was du gesagt hast! Äh, ihr die Wahrheit sammeln? Ja! Ja! Sobald ich sie habe! Tinker up! Ich muss dir etwas sagen! Mach langsam! Hältst du mich für blöd? Es ist wichtig! Ehrlich! Zurück, Spider-Man! Oh shit! Nicht gut! Gar nicht gut! Oh shit! Nicht gut! Gar nicht gut! Ich hoffe, das Schiff ist okay! Ich sag' dem zurück! Woh! Warum hat sie Todesräder erfunden? Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen! Meine Mom würde sich aufregen! Miles? Könnte mir... Jetzt heuer auf deinem Dach! Keine Bewegung! Hätte besser laufen können! Hat wohl ne Rippe erwischt! Oder drei! Hey! Wie lebst du mit Finn? Nicht so toll! Bist du noch bei uns? Ich bin jetzt zu Hause! Meine Eltern kommen nächste Woche zurück! Ich wollte putzen! Ich komme aber gern wieder zu dir! Nein! Schon gut! Ich melde mich später! Und jetzt? Und jetzt? Ja! Hey Onkel Aaron! Ich brauche... Ich brauche einen Rat! Worum geht es denn? Einfach allem! Hast du Zeit? Ich kann das hier verschieben! Ich ruhe gleich zurück! Danke dir! Dann bis gleich! Ich habe keine Ahnung, wo Finn ist! Oder das Snooport! Ich sollte irgendwas machen, bis Onkel Aaron Zeit hat! Ja! Kommt Ihnen das bekannt vor? Spider-Man verfolgt Schurken durch die Stadt! Sachschäden in Millionenhöhe! Wir ermitteln noch immer die Kosten von Rhinos Amoklauf! Und dann das mit der Brücke! Und jetzt will der Junior-Missetäter wohl den Hedrick mit seinem neuesten, besten Feind! Tinkerer! Die sollten sich ein Zimmer suchen, am besten eine Knastzelle! Und ihre Differenzen privat beilegen! Irgendwo weit, weit weg von New York! Und ich meine damit nicht Jersey, sondern Oregon! Oder sogar Alaska! Dann hätte ich vielleicht mal einen ruhigen Abend zu Hause! Und könnte mir Kochsendungen ansehen, ohne dadurch gestört zu werden, dass mir irgendjemand die Feuerleiter von meinem Haus reißt! Mist! Na, wenn nein! Jared, hast du meine Aufnahmen programmiert? Du musst landen! Geht nicht! Jemand blockiert die Steuerung! Hab die Position der Hacker! Drei Stück! Hör! Hör! Drei Stück! Drei Stück! Einen Transmitter, die in wohl noch zwei. Passt du! Geht aus! Darfst du bereit sein? Ja! Feuer! Nein! Geh zum Pfeifel! Mach dir das! Gut, dann weiter ein noch. Hey, rede mit mir, alles klar? Wir fallen nicht mehr, aber die volle Kontrolle habe ich noch nicht. Bald bist du dran. Ja! 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 Erst den Underground, jetzt den Transmitter. Das war der letzte. Danke, Spinne. Du solltest hier weg, bevor die Verstärkung kommt. Ich halte dich nicht auf. Alles in Ordnung. Der Hilly kann New York nicht mehr anhaben. Hey, Nebs. Treff mich bei den Docks in Hell's Kitchen. Ich komme. Was mache ich denn jetzt mit Finn? Noch mal mit ihr reden? Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Das wird nichts. Vielleicht werde ich bei den Docks. Hoffentlich ist Onkel Aaron da. Roxon und der Underground liefern sich ein offenes Gefecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahrhundert